Nummer 4 Dieses DeLonghi Klimagerät wird vom Hersteller für Räume bis zu 32 Quadratmetern empfohlen. Neben der Kühlung des Raumes in der heißen Jahreszeit ist seine Entfeuchtungsleistung von 43 Litern pro Tag auch perfekt für das Trocknen von Wäsche zu Hause. Das verwendete Kältemittel ist bequem und umweltfreundlich. Darüber hinaus kann die Luftstromgeschwindigkeit in drei Stufen gewählt werden. Die Steuerung erfolgt über ein Touchpanel oder über die mitgelieferte Fernbedienung, die sich bequem in der Fernbedienungshalterung am Gerät verstauen lässt. Für den programmierten Betrieb bei Abwesenheit gibt es eine Timmerfunktion. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3 Dieses Gerät bietet Kühlung, Belüftung und mit über 40 Litern Entfeuchtung pro Tag eine hohe Entfeuchtungskapazität, die beim Trocknen von Kleidung im Haushalt oder bei der Beseitigung von Wasserschäden nützlich sein kann. Der Benutzer kann seine Einstellungen über das Touchpanel an der Vorderseite oder über die mitgelieferte Fernbedienung vornehmen, die sich in einer Schublade an der Oberseite des Geräts befindet. Wenn Sie die Fernbedienung mitnehmen, erkennt ein Sensor Ihre Position und lenkt die erfrischenden Luftströme auf Sie. Für Fans von intelligenter Technologie kann das Gerät auch mit Wi-Fi verbunden werden. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2 Dieses Monoblock-Klimagerät von DeLonghi kann in der Nähe jedes Fensters in Ihrer Wohnung installiert werden. Dank der Transporträder und der Fächer mit Griff ist es leicht zu transportieren. Es kann sowohl als Klimagerät als auch als Ventilator arbeiten. Mit seiner hohen Entfeuchtungsleistung von bis zu 32 Litern pro Tag ist es auch ein wertvoller Helfer beim Trocknen von Kleidung in der Wohnung. Die Einstellungen können entweder über ein Touchpanel oder über die Fernbedienung im Staufach vorgenommen werden. Mit einem Geräuschbegel von 65 Dezibel ist er nicht zu überhören und für geräuschempfindliche Personen nicht zu empfehlen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Dieses DeLonghi Klimagerät eignet sich zur Kühlung und Entfeuchtung mittelgroßer Räume. Es kann auch als einfacher Ventilator verwendet werden, sogar ohne Kühlfunktion. Dank seiner Entfeuchtungsleistung von mehr als 30 Litern pro Tag unterstützt es auch das Trocknen von Wäsche im Haushalt. Mit einem Geräuschbegel von 64 Dezibel ist der Monoblock allerdings nicht die beste Wahl für lärmempfindliche Menschen in der Nähe der Wohnung. Wenn Sie möchten, dass das Gerät seine Funktionen während ihrer Abwesenheit ausführt, können Sie den Timer mit einem 24 Stunden Intervall verwenden. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Gerät seine Funktionen